Hallo und willkommen zum neuen Ruhrgebiet-Witz. Heute erkläre ich euch, was alles passieren kann, wenn man eine Urlaubsreise plant. Eine Familie will in den Urlaub fahren, kann aber ihre Katze nicht mitnehmen. Daraufhin denkt sich der Familienvater, setze ich die Katze doch einfach aus. Gedacht, getan, packt sich die Katze, packt sie ins Auto und fährt los. Ein paar Straßen weiter macht er die Tür auf und lässt die Katze raus. Fährt nach Hause. Viertelstunde später steht die Katze vor der Tür. Hm, denkt sich der Familienvater, das war da wohl nichts. Packt sich die Katze wieder ins Auto, fährt los. Fährt eine Dreiviertelstunde bis in den Nachbarort. Setzt die Katze dort aus. Fährt zurück. Eine Stunde später, die Katze sitzt vor der Tür. Das kann doch nicht sein, denkt er. Packt sich die Katze ins Auto, fährt los. Fährt über die Autobahn, mehrere Abwarten weit. Fährt dann ab, fährt in einen Wald, über eine Lichtung biegt zigmal ab und setzt die Katze dort aus. Dann fährt er zurück durch den Wald, biegt zigmal ab, wieder zurück bis zur Straße. Nach anderthalb Stunden ruft er zu Hause an. Seine Frau geht ans Telefon. Sagt er, hör mal, ist die Katze schon zu Hause? Ja, sagt die Frau, die ist schon da. Hol sie mal bitte ans Telefon, ich habe mich verfahren. Ha, 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 ha. Wenn euch der Witz gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und vergesst das Abo nicht. Wir sehen uns nächste Woche.